hmmm okay die straße ist halt ein bisschen voll irgendwo gibt es immer engpässe aber okay tatsächlich kann ich die hier upgraden so wirklich einspurig das tut mir leid das auch aber ich muss wirklich das hier dabei setzen so dann brauchen wir eine von eins wir können ja den was war das irgendwas einmaliges ne statue des wohlstamms genau kann man hier hin bauen der transportturm wir haben belästigung unterhaltung vielleicht können wir den einfach hier irgendwo reinsetzen dass man den ach das ist ja ein fahrradweg verfluchte axt shopping mall oh dann lass mich die shopping mall einfach hier bauen was soll ich da noch quell des lebens das machen wir hier hin wenn wir hier eh alles vollklasse dann mit großen bauwerken brauchen wir so viel wie möglich davon das hotel war das nicht nur kohle grundsätzlich da ein haus dann würde doch alles funktionieren zumindest wasser ist da strom ist da werden sich natürlich noch was bist du mineralöl firma okay gut wird sich schon irgendwann verbinden genauso wie das sei ja so weil hier kein strom ist kommt schon da ein haus wird schon wird schon okay dann ich mal sagen du gehst ich baue wieder eine autobahn hin natürlich beim schutzland warum nicht nicht nötig aber warum nicht so Ohhhh. Mhm. Naja. Oh verdammt, ich kann ja nicht... Okay. Zwei Richtungen. Gut. Autobahn. Okay. Ach, dann brauchst du auch noch Strom, ne? Noch so ne Sache. Okay. Strom, Wasser sollte ja da sein. So. Zwei Richtungen. Ziemlich genau. Autobahn. Da Strom hinzukriegen ist dann wieder ein längeres Unterfangen. Erstmal. Wasser sollte ja... Was ist da? Wunderbar. Gut. Dadurch, dass ich jetzt hier dieses riesen Industriegebiet habe, wird eine ganze Menge kommen. Hoffe ich zumindest. Wir sehen davon, dass hier eben noch kein Strom ist. Und da sich einer hinbauen würde. Das ist ja überhaupt keine Straße. Achso, deswegen, weil ich nicht da hin wollte. Okay. Erstmal maßig LKWs. Die reinkommen. Oh, shoot. Shoot. So, jetzt hast du Wasser. Tja. Wollen wir mal sehen, wie das der Verkehr sagt, ne? Oh. Okay. Oh, der muss... Die ganzen... Shit. Oh, shit. Warum fahren die denn hier lang? Oh, shit. Okay. Oh, du bist nicht angeschlossen. Inwieweit ist das schlimm, dass du nicht an... Oh, du bist nicht angeschlossen. Das ist... Für meine gesamte Stromleistung. Schlimm. Weil ich kein Netzwerk habe. So. Hm. Karmatorium braucht Strom. Was braucht Strom? Aber die haben sich mittlerweile verbunden. Ähm. Der Rest wird sich hoffentlich dann auch demnächst noch verbinden. Die haben sich verbunden. Die Ölindustrie an. Brennt's. Und zack. Es ist die Feuerwehr da. Äh. Was man mal gucken konnte, wäre hier. Ja. Mhm. Ja. Beim Spot am Fluss. Touristen, Sips. Ich hab Touristen. Das ist unglaublich. Ähm. eigentlich alle gebäude schnell wollte ich bauen durch jetzt das ding ist so groß ja die waren erst mal bewohner ich habe jetzt 2000 arbeiter weniger als plätze so u-bahn ja klar 80 70 was behaupten dass hier jetzt durch das so massig leute reinkommen 133 grad immer 178 es kommen ja auch immer mehr leute wie hier rein mittlerweile hat sich alles mit strom verbunden es dauert halt nur moment eine wasserversorgung bricht langsam zusammen die entsorgung entsorgung besser aus immer noch gut davon dass die hier zu einzelne parzellen bobs plastiktypen einöl firma warte nö 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 nä hä wieso hab ich hier auch ein mineralöl gehabt στη قbeat sens feed was ich jetzt nochmal kann ist Wald, erneuerbar, kriege ich hin. Lass uns das mal entfernen. Wir bauen hier einen Industriewald auf. Bei einer 4.0.3. Auenplatz. Ich muss hier eigentlich mal gucken. Rohstoffe. Gut, ich baue jetzt hier eine Straße runter, eine kleine Straße. Die Straße runter, ob ich das richtige Gebiet noch habe. Die kleine und fahre die Straße entlang. Dann gehe ich hin, mache das zur Forst, Industrie. Bau, hier Industrie hin. Die Industrie hat sich komplett wieder wegradiert, weil es kein Öl ist. War ja auch kein Öl da. Ähm. Naja, teilweise. So, da ist Öl, da ist Dings. Ich meine... Jetzt könnte ich noch nachhelfen. ...Große Bäume. Riesenmarmutbaum. Kann hier nicht. Riesenmarmutbäume reingesetzt. Muss nur noch Forstindustrie hier reinziehen. Naja. Naja. Wird noch kommen. Naja. Wird noch kommen. Okay. Tote Leute, da. Ich hoffe es nicht. Grematorium. Ich weiß nicht. Sind... Die sterben hier auch Leute? Ich meine, die sterben hier einfach in ihrer... Beim Shoppen irgendwie. Deswegen... Ah, und hier ist immer noch viel zu viel... Immer noch viel zu viel Stress. Warum auch immer. Das sind so viele Privatfahrzeuge. Ah. Du hast keinen Strom. Da oben. Oh ja. Und ich muss noch mal gucken. Ich brauche hier... Polizei HQ. Ja. Am besten. Ah. Feuerwehr HQ. Ja, ich weiß. Wenn du so groß anfängst. Oh ja. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar, dass eine der größten Stromquellen nicht angeschlossen ist. Hoppla. Hoppala. Hoppala. Mein Fehler. Wir müssen halt mal mehr Industriegebäude bei. Ne? Was man dann auch noch mal gucken konnte, wäre... das hier. Auf der Linie warten nicht so viel an der... eine braune U-Bahn-Linie. Die führt nur da rüber. 600 Leute. Ähm. Ja. Oh, shoot. Oh, shoot. Okay. Überlampeln, was wirklich nüscht hilft. Was haben wir hier noch? Nein. Ich habe früh genug gebaut, dass da kein... Hä? Ich dachte, die hätte ich angemacht. Keine Verschmutzung, weil sie nicht verschmutzen können. Ach ja, du bist außer Betrieb, ne? Strommangel. Ach, verfluchte Axt. Freizeit. Gut. Dann Spätze, Parks, andere Parks. Lass mal sehen. Wir haben hier einen Tennisplatz. Und... Da noch was. Und Hunde-Parks sind so bescheiden beliebt. Wegen den Hunden. So. Naja. Müll fängt an. Das ist natürlich der Saugeläuser. Mal gucken. Bünd von 27, 5, 15, 8, 2, 19, 6. Mal sehen. So viele private verdammte Fahrzeuge. What the hell? Wow. So ist der ganze Zufluss an. Ich meine, sie fahren alle hier lang. Da fahren sie hierher. Ich meine, das hätte ich mir fast schon denken können. Damit. Oh. Oh. Ein neues Grundstück. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich habe keine Ahnung, was ich mir holen will. Ach. Oh. 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 da kommen neue leute auch ich komme fast mit den arbeitern hinterher jetzt wohl mal zeit sich um das jetzt so kann man ja überall fahrradwege dann bleibe ich auch dabei ich habe ein krematorium moment so viele fahrradfahrer das ist die große straße die kommt sollte vielleicht hier nicht unbedingt es wird zwar der hier angeht das kriegen wir dann irgendwann schon geregelt einzig was den noch fehlt ist nicht genügend verkaufswaren oh shoot okay ich brauche die autobahn ich brauche die autobahn es gibt eine abbiegespur das heißt für den fall der fälle dass da mal gucken was da jetzt wenn es denn drüber geht lkws lkws zum liefern da war da eine mautstelle haben und eine große kreuzung klar da kommen jetzt können wir da können wir jetzt mal sagen hier stoppt ihr stoppt für das was alles da an an leuten kommt einfach weil die hier gibt die aber jetzt auch nicht das da da ist unten unten